Hallo Spielaffen! Heute gehen wir mit euch mal wieder in die Unterwelt und helfen bei unserem Spiel Diebesdohu, zwei Ganoven ihre Beute vor der Polizei in Sicherheit zu bringen. Irgendwie sind die beiden nämlich nicht gerade die hellsten und würden ohne eure Hilfe überhaupt nicht weiterkommen. Ihr müsst dafür sorgen, dass der eine Dieb dem anderen die Beute zuwirft und dieser sie auch fängt, um dann schnell zu verschwinden. Leider stehen die beiden immer weit auseinander, sodass ihr nicht nur genau zielen müsst, sondern auch auf spezielle Booster zurückgreifen müsst. Diese werden an einer beliebigen Stelle im Level platziert und erweitern euren Wurf. Es gibt verschiedene Booster mit verschiedenen Reichweiten. Mit der Maus könnt ihr dann noch den Winkel angeben, in dem der Geldsack weitergeschleudert wird. Gesteuert wird übrigens mit der Maus und der Tastatur. Mit der Maus könnt ihr wie gesagt eure Hilfsmittel im Level platzieren und mit der Leertaste bringt ihr euren Dieb dazu, seine Beute zu werfen. Besonders cool? Nach einem Wurf wird euch die Flugbahn als gestrichelte Linie angezeigt. Anhand derer könnt ihr nun überlegen, wo ihr welchen Booster anbringt und in welchen Winkel, damit ihr das Ziel erreicht. So könnt ihr immer weiter ausprobieren, bis der Geldsack bei eurem Partner angekommen ist. Doch trödelt nicht so lange, denn ihr spielt auf Zeit. Je schneller ihr seid, desto mehr Punkte erhaltet ihr am Levelende.